Und meine Lieben, ich möchte mit dieser Predigt vielleicht sogar ein bisschen an die letzte anknüpfen. In der letzten Predigt haben wir gesagt, wir können die göttlichen Ressourcen auf unterschiedliche Art und Weise gebrauchen. Und die höchste Stufe oder das Wichtigste ist, wenn wir auf Gott schauen und es für seine Ziele oder im Grunde genommen seinen Willen erfüllen. Vielleicht hast du dir auch die Frage gestellt, aber was heißt es, auf Gott zu schauen? Und deshalb werden wir uns heute eine Geschichte aus der Bibel anschauen. In einer fernen Zeit, in der Menschen in Zelten lebten, in den Weiten des Nahen Ostens, lebte ein Mann. Er war nicht nur ein Stammesführer, sondern das, was ihn besonders macht, ist, dass er eine besondere Beziehung zu Gott hatte. Und er hatte ein Versprechen von Gott. Du wirst der Vater vieler Völker werden. Wer ist es? Abrahams. Abrahams. Doch diese Verheißung ruhte auf den Schultern eines einzigen Sohnes, und das war Isaac. Das ist so ganz grob der Umriss. Aber im Grunde genommen, wer war Abrahams? Er war ein wohlhabender, ein respektierter Mann. Er hatte seine Frau Sarai. Er lebte in der Stadt Ur. Und doch hatte er keine Kinder, keine Nachkommen. Und zu der Zeit hatte das einen ganz anderen Wert, als bei uns heutzutage. Es ist wie ein Fluch, wie etwas, was das Herz einfach zerreißt. Warum habe ich gar nicht Nachkommen? Und so stellte er sich auch diese Frage. Und so stellte er sich auch diese Frage. Aber Gott sagt zu ihm, ziehe hinaus aus deinem Land. Und Abraham tat es. Und Jahre vergingen, und das Versprechen Gottes erfüllte sich noch nicht. Im Grunde genommen können wir uns auch Genesis 12, 1 bis 2 mal durchlesen. Wir können das Stichwort 12, 1 bis 2 durchlesen. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen, und ich will dich segnen, die einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Halleluja! Was für eine Prophetie! Halleluja! Что за Prorочество! Aus mir entsteht ein großes Volk. Aus mir entsteht ein großes Volk. Ich soll ein Segen für andere sein. Ich will ein Segen für andere sein. Warum sollte man diese Prophetie nicht annähen? Warum sollte man diese Prophetie nicht annehmen? Und deswegen zog Abraham hinaus. Und deswegen zog Abraham hinaus. Und wir sehen auch, wie Gott noch auf eine andere Art und Weise zu Abraham spricht. Und wir sehen auch, wie Gott noch auf eine andere Art und Weise zu Abraham spricht. Ich lese sofort auch Genesis 15, 5. Und der Herr führte Abraham aus dem Zelt und sagte, sieh hinauf zu den Sternen am Himmel. Kannst du sie zählen? So unzählbar werden deine Nachkommen sein. Es müsste eigentlich 15, 5 sein. Ich habe 15, 5 sein. Da denkt man sich auch, natürlich kann man sich über so ein Wort Gottes freuen. Und dann denkt man sich, natürlich kann man sich über so ein Wort Gottes freuen. Herr, sprich weiter zu mir. Господь, sag weiter zu mir. Was hast du noch mit mir vor? Что у тебя noch ist, какие планы mit mir vor? Wie willst du die anderen noch mehr durch mich segnen? Как du willst других durch mich noch mehr durch mich segnen? Aber bis er seinen Sohn bekam, wir wissen, es war ein langer Prozess. Und es war eine Prüfung seines Glaubens. Er hat da auch mit Ismael was versucht, war nicht ganz richtig. Und so kriegt er seinen Sohn, auf den er so lange gewartet hat. Und sie nannten ihn Isaac, was lachen bedeutet. Gott hat mir ein Lachen bereitet. Jeder, der es hört, wird mit mir lachen. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn diese Erfüllung, wenn diese Prophetie sich erfüllt hat, als er das Kind in seinen Armen hält, wie sein Herz einfach aufgeht. Aber Gott spricht ein weiteres Mal. Eines Tages, als die Sonne hoch am Himmel stand, hörte er eine Stimme. Die Stimme Gottes. Abraham rief er. Hier bin ich, antwortete Abraham. Und er dachte sich, was wird Gott jetzt wieder Schönes sagen? Er hat nicht gezögert. Er dachte sich, Gott, was ist der nächste Schritt? Und ich lese aus Genesis 22, 2. Nimm deinen Sohn, sagte Gott, deinen einzigen, der dir ans Herz gewachsen ist, den Isaac. Geh mit ihm ins Land Moriah, auf einen Berg, den ich dir nennen werde, und opfere ihn mir dort als Brandopfer. Бог сказал, возьmi Säna твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Isaac, und пойди в землю Moriah, und там принеси его во всесожжение, на одной из гор, о которой я скажу тебе. Wie war Abrahams Reaktion? Какая была Reaktion Abraham? Kann das überhaupt Gott sein? Это вообще Бог? Aber er kannte die Stimme Gottes. Das war doch der Sohn Isaac, das war doch der Sohn seiner Verheißung. Это был Sön Isaac, это был Sön Abetования. Er war der Sohn, durch den die Nachkommen kommen sollten. Это тот Sön, через которого должно прийти все потомство. Diesen Sohn hat er angesehen, und das Wirken Gottes gesehen durch den Sohn. И он видел действия Бога через этого Сына. Und jetzt sagt Gott zu ihm Opfer, denkt so? И теперь Бог говорит ему, принеси своего Сына в жертву. Im Grunde genommen Menschenopfer. В принципе, это жертва человека. Zu der Zeit war es bekannt, dass andere Völker dies taten. В то время было известно, что другие народы такое делали. In Kanaan beispielsweise. Например, в Ханаане. gab es die Praxis, dass man zur Anbetung von Baal und Moloch Menschen opferte. Они практиковали, когда они поклонялись Богам, Ваалу и Малоху, или кто там, они приносили людей в жертву. Um dadurch Katastrophen abzuwenden. Для того, чтобы предотвратить Katastrophen. Kinder wurden ins Feuer geworfen. Они бросали детей в огонь. Und ich will dann nicht weiter erzählen, was sie dann noch so getan haben. Ich will dann nicht weiter erzählen, was sie dann noch so getan haben. Und jetzt stellt Abraham sich die Frage, soll ich etwa genau das tun, was die anderen Götzen erwarten? Erwartet Gott von mir das Gleiche? И Abraham тогда спросил, я должен действительно сделать то, что делают другие, для чужих богов, неужели я должен делать то же самое? Und dennoch hat Abraham gelernt, Gott zu vertrauen. И через это Бог научился доверять Богу. Abraham научился доверять Богу. И так он тронулся в путь. Нарм seinen geliebten Сон, взял своего любимого Сына, auf den он жарелан gewartet hat. Спалт он сон, взял все необходимое с собой в дорогу. И пустился в путь. И я думаю, что пока он шел, он задавал себе много вопросов. Они оба взошли на гору высоко. И представьте себе, какой был эмоциональный момент, когда Исаак спросил. Hier sind Feuer und Holz, aber wo здесь огонь и дрова, а где огненок? Для сожжения, жертвоприношения. Это может быть был бы момент для многих, когда бы они сказали, все, я не могу, пошли назад. Но он сказал, Бог сам позаботится об этом, мой сын. И Abraham был готов все приготовить, сделать все необходимое. Его сердце стучало. И он готов сделать этот шаг. И опять он услышал этот голос. Abraham, 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 варте. Я хочу вам дрова, seinen Sohn опфер. Я принес вам эту картину, где он уже начал принесить эту Жертву. И я хочу вам прочитать цитату Карла Барте. Abraham, als Gott ihm это gesagt hat, Abraham schweigt in seinem Gehorsam. Er hört den Befehl und gehorcht ohne zu fragen, ohne zu зögern. Sein Schweigen ist seine Antwort auf Gottes Wort. Es ist das Schweigen eines Glaubens, der keine Erklärungen verlangt. Abraham молчит в своем послушании. Он слышит повеления и подчиняется без вопросов, без колебаний. Его молчание это его ответ на Слово Божье. Его молчание веры, которое не требует объяснений. И это то, о чем мы говорили, это духовная зрелость. Бог, я знаю тебя. Годы, ты был верен мне. Было очень много моментов, когда Авраам становился против Бога, но Бог все время показывал, что он с ним. И также здесь он знал, что если это воля Божия, то я это сделаю. Мы живем сегодня в таком мире, где мы все хотим сразу знать. Бог говорит к нам, и мы говорим, почему Бог, почему сейчас, может быть позже, но это доверие, оно как раз то, что очень ценно, если мы свой взгляд направляем не на наше окружение, не на себя самого, как мы уже в прошлом раз говорили, но на него, и начинаем его слепо доверять, то мы снова и снова замечаем, как он верен. И так же Бог спас Исаака из этой ситуации. Я думаю, какое облегчение тогда чувствовал Авраам. Какое это было для него освобождение. И мы смотрим эту историю с определенным взглядом. И чтобы это все как-то немножко завершить, я хочу прочитать одну цитату. От Абраамс seinen Sohn nicht zurückhielt, hielt Gott seinen eigenen Sohn, Jesus Christus, nicht zurück. Diese Erzählung unterstreicht die Treue Gottes und den ultimativen Akt der göttlichen Liebe. Und so betrachten wir diese Erzählung, wir sehen Abraham, wir sehen, wie Gott zu ihm spricht, er kriegt den Sohn, es erfüllt sich alles. Und wir sehen, wie Gott zu Abraham spricht, und die Prophetie erfüllt sich, und wir sehen, dass Abraham der Mann des Glaubens wird. Wir sehen Gottes Treue erneut und erneut. Und dann dachte ich mir, aber Moment mal. Wir schauen auf Gott, okay, wir schauen auf Abraham, ja. Aber ich stellte mir die Frage, was hat diese Situation mit Isaac gemacht? Mein Vater ist bereit, mich zu opfern für diesen Gott? Mein Gott ist bereit, mich zu opfern für diesen Gott? Ich habe ihn noch gefragt, wo ist das Opfer? Er sagt, Gott wird sich darum sorgen. Ich habe ihn noch gefragt, wo ist das Opfer? Er sagt, Gott wird sich darum sorgen. Ich denke nicht, dass Isaac ein kleines Kind war. Sondern er verstand ganz genau, was gleich passieren wird. Er hat gesehen, dass Abraham Gott mehr liebte als ihn. Und Isaac hat sein ganzes Leben lang die Liebe seines Vaters gespürt. Dieser Moment war so prägend, so einschneidend in seinem Leben. Der Glaube der Eltern wirkt sich aus auf den Glauben der Kinder. Und so wollte ich einfach durch die Predigt auch die Perspektive Isaacs, dass wir die nochmal uns etwas genauer anschauen. Genau, ein tieferes Verständnis des Glaubens. Er wusste, dass Glauben nicht einfach nur irgendwas, dass Abraham irgendwas erzählte, sondern er sah, wie gehorsam er Gott gegenüber war. Es war ein echter Glaube. Es ist ein treuer Gott. Es ist ein Plan, den Gott mit mir hat. Und er merkte, es war ja wirklich eine Situation, die im Grunde genommen ausweglos schien im Leben von Isaac erst mal. Und im letzten Moment merkte er, dass Gott trotzdem eingreift. Und so habe ich einfach nochmal notiert, dass Stärke und Resilienz in dem Leben von Isaac waren. Er wusste, ganz egal, wie schlecht, wie schwierig es wird. Er wusste, ganz egal, wie schlecht, wie schwierig es wird. Wenn ich kurz vor dem Sterben bin, wird Gott zum Eingreifen. Gott wird immer noch nicht mehr reagieren. Isaac fühlte sich nach dieser Erfahrung Gott näher, als je zuvor. Isaac fühlte sich nach dieser Erfahrung nach dieser Erfahrung Gott näher, als je zuvor. Er war verbunden mit ihm. Er war verbunden mit ihm. Und das sehen wir auch anhand seines Lebens. Es sind Dinge, die uns verändern. Es sind Dinge, die uns verändern. Wenn wir bereit sind zu opfern, ich übertrage es jetzt schon mal ein bisschen auf uns. Wenn wir bereit sind zu opfern, ich übertrage es jetzt schon mal ein bisschen auf uns. Verändert es uns und unser Umfeld. Es меняет uns und unsere окружение. Und was geschieht dadurch? Wir werden zu einem Vorbild, die nächste Folie. für unsere Nachkommen. Überleg mal, wie lange oder wie alt diese Geschichte von Abraham ist. Wir reden heute immer noch darüber. Wie weit oder wie oft wurde diese Geschichte bereits erzählt? Wie viele Menschen, wie viel Glauben hat sie auch geschenkt? Сколько верer она подарила? Eine Geschichte, die in der Familie weitergetragen wurde. Es ist eine Geschichte, die in der Familie weitergetragen wurde. Und deswegen gab diese Geschichte auch Isaac in seinem Leben immer Frieden und Zuversicht. dass der Plan Gottes der beste Plan ist für sein Leben. Und das, wo ich eigentlich hin wollte, ist diese Geschichte, die wir gerade gelesen haben, das Ende einer Geschichte. Nein, es wird weitergetragen und weitergetragen. Nein, sie wird weitergetragen und weitergetragen. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wie sieht unsere Geschichte aus? Was sind wir bereit zu opfern? Sind wir bereit, das zu opfern, was wir so sehr lieben? Ihr müsst nicht eure Kinder opfern, das meine ich jetzt nicht. Und wir sehen dann auch im Grunde genommen auch in Erste Könige, dass Gott niemals Menschenopfer wollte oder generell er sagt, ich will den Gehorsam, nicht das Opfer. Und wir haben schon oftmals darüber gesprochen, dass Kinder uns zuhören, aber sie sehen, umso genauer hin. Und sie sehen, dass sie noch vieles erzählen. Das heißt, du kannst ihnen vieles erzählen. Aber wenn sie sehen, dass du Opfer bringst, wenn sie sehen, dass du Prioritäten setzt, dann prägt es sie. Wenn sie sehen, wie du und ich in der Bibel lesen, wie sie beten, wie wir beten, dann werden sie sehen, dass wir den Glauben leben. Wenn sie sehen, dass sie uns für das Richtige entscheiden, obwohl es schwerer ist, wird es ihr Leben prägen. Wenn sie sehen, dass wir die Glauben leben, wenn sie sehen, dass wir die Glauben leben, dass wir die Glauben leben, wenn sie sehen, dann werden sie auch so machen. Der Glauben muss sichtbar sein. Es geht nicht nur darum, was wir sprechen, sondern das, was wir zeigen und tun. Und das hat nicht eine Auswirkung auf unsere Kinder, sondern vielleicht sogar auf unsere Kindeskinder. Was ist, wenn die Geschichte Abrahams, so wie sie weitererzählt wird. Was ist die Geschichte Abrahams, wie sie weitererzählt wird. Genauso zu deiner Geschichte wird, dass vielleicht deine Enkelkinder, deine Urenkel noch Geschichten von dir erzählen, wie du Gott treu warst, wie du geopfert hast. Wenn dein Name ausgesprochen wird, wenn dein Name ausgesprochen wird, dass deine Nachfahren als erstes denken, das war ein Mann Gottes, das war eine Tochter Gottes, eine Frau Gottes. Wir beeinflussen durch unser Opfer, unser Umfeld, nicht nur unsere Kinder. dort, wo du die richtigen Entscheidungen triffst, dort, wo du zum Glauben stehst, dort, wo du lieber den engen Weg gehst, den schmalen, als den breiten, Menschen sehen es. Und dadurch zeigen wir, dass wir zu Christus gehören. Deswegen diese Momente, wo wir ein Opfer bringen, es bringt so viel Veränderung. Einerseits für uns. Ich habe jetzt so ein bisschen die Seite Isaks beleuchtet, wie sein Leben verändert hat. Selbstverständlich hat es das Leben von Abraham verändert. Ich habe so einen Satz zusammengefasst. Dein Glaube ist messbar anhand deines Opfers. Dein Glaube ist messbar anhand deines Opfers. Eigentlich müsste es in der Duh, also in der Duhform sein, aber es okay. Dein Glaube ist messbar anhand deines Opfers. Tvoja Vera ist messbar anhand deines Opfers. Das ist das, worüber man wirklich nachdenken sollte. Wenn ich sage, dass ich Gott liebe, dann stelle ich mir erst mal die Frage, was bin ich bereit zu geben? Was bin ich bereit zu opfern? Meine Zeit. Wie viel? Sonntag, die zwei Stunden? Voskresse, die zwei Stunden? Oder ist es mehr? Oder es ist mehr? Wie viel bin ich bereit, ich mag sichtbare Dinge, wie viel bin ich bereit, auch vielleicht meines Komforts, also wie viel meines Komforts bin ich bereit abzugeben? Сколько своего Komfortа ich bin bereit, ich bin bereit, anderen zu dienen? Wie viel bin ich bereit, zu spenden, zu opfern? Ich bin bereit, zu schützen, die wir nicht mögen, aber sie zeigen in Wahrheit unseren echten Glauben. Das sind Fragen, die wir nicht sehr lieben, aber das sind Beispiele unserer Verenung. Menschen können viel über Geistlichkeit sprechen, aber ich sehe, dass Abraham hier konkrete Schritte getan hat. Und wenn wir Abraham beiseite lassen und auf Jesus Christus schauen und auf Jesus Christus schauen, dann habe ich einen weiteren Satz formuliert, dann habe ich einen weiteren Satz formuliert, Jesu Liebe war messbar anhand seines Opfers. Der Tod am Kreuz, weil seine Liebe so unendlich zu dir und zu mir war. Und genau das ist immer wieder der Beweis. Wir schauen auf das Kreuz. Und es ist für Christus ein Ort des Leidens gewesen. Aber für uns ein Zeichen seiner vollkommenen Liebe. Ein Zeichen der vollkommenen Errettung. Und aus dieser Position heraus bringen auch wir unser Opfer. Und aus dieser Position wir auch unsere Opfer sagen, wir danken dir, dass du alles für uns gegeben hast. Und auch wir möchten all das geben, was uns wichtig ist, wenn es sein muss, Herr. Das sind Momente, das sind Gebete, auf die Gott antwortet. Nicht nur Gott gib, sondern stell vielleicht die Frage, Gott, was willst du eigentlich von mir? Was soll ich geben? Und auch wir möchten all das geben, was uns wichtig ist, und diese Geschichten werden erzählt. Das sind wahre Zeugnisse. Das sind Momente, wenn wir nur noch auf Gott schauen. Und von ihm empfangen. Und von ihm gestärkt werden. Und von ihm gestärkt werden. Und deswegen möchte ich, dass wir gleich, wenn wir beten, dass wir unseren Blick auf Jesus Christus richten, der für uns gestorben und auch verstanden ist. Und auch vielleicht die Frage stellen, Gott, was soll ich eigentlich, was muss ich eigentlich opfern? Denn oftmals ist es so, dass wenn du in deinem geistlichen Leben nicht weiterkommst, dass du etwas nicht opfern willst, was Gott eigentlich von dir verlangt. Denn sehr oft, wenn du in der dünnst, wenn du in der dünnst, dass du nicht weiterkommst, dass du einfach nicht mehr schädigst, dass Gott möchte, dass Gott sagt. Aber das soll Gott euch offenbaren. Aber das soll Gott euch offenbaren. Wir möchten jetzt beten. Ich bitte euch, steht einfach auf. Als Zeichen der Wertschätzung Gott gegenüber. Jesus, wir danken dir, dass du für uns gestorben bist, Herr. Du hast den Himmel verlassen. Du hast die Ewigkeit verlassen. Kamst auf diese Erde. Du hast diese sündige, unvollkommene Erde. Diese griechöne, unvollkommene Erde. Mit Menschen, die dich gehasst haben. Menschen, die dich ans Kreuz geschlagen haben. Люди, die dich ans Kreuz geschlagen haben. Und trotzdem nahmst du die Schuld der Menschheit auf dich. Du hast gestorben und auferstanden. Du hast die deine Arme aus und du sagst, jeder, der zu mir kommt, der wird gerettet. Ich bin bereit, jeden aufzunehmen, der zu mir kommt, der zu mir kommt. Und Jesus, wir kommen heute erneut und erneut zu dir. Und wir möchten dir danken, dass du uns die Errettung ermöglicht hast, dass du bereit warst, dieses Opfer zu bringen dich selbst her. und genau das soll unsere Herzen bewegen. Es muss unsere Herzen weich machen. Es muss unsere Herzen die liebende, die wärmende Liebe Jesu, griechende Liebe Jesu, sodass auch wir bereit sind, Opfer zu bringen, sodass auch wir bereit sind, Prioritäten zu setzen, sodass wir auch wir bereit sind, dich nach всем und nach jedem. Jesus, wir möchten heute Morgen sagen, dass wir dich lieben und dass wir dich brauchen, Herr. Und wir richten unseren Blick erneut und erneut auf dich, Herr. Und wir danken dir. Sprich zu unseren Herzen, auch im Laufe der ganzen nächsten Woche, Herr. zeig uns, welche Schritte wir tun sollten. Peksi nam, welche Schritte wir tun sollten. Halleluja. Jesus, wir danken dir. wir möchten, dass du unser Leben gebrauchst und dadurch andere segnest, Herr. Wir хотим, чтобы ты взял unsere жизнь und через нее благословляl других. Wir möchten nicht nur egoistisch unser eigenes Leben leben. Wir nicht nur egoistisch leben. Gebrauche uns, Господь, используй uns, Gebrauche uns, damit Menschen von dir erfahren, dass sie wissen, dass nur in dir die Rettung ist. Es gibt keinen anderen Weg, es gibt keine andere Wahrheit, allein durch dich. Du hast gesagt, ich bin der Weg. Du hast ich bin der Weg. Und wir stellen uns auf diesen Weg und gehen ihn weiter und weiter. Und wir wstauen auf diesen Weg und gehen ihn weiter und weiter. Herr, du bist unser Weg und du bist unser Leben. Du bist unser Weg und du bist unser Leben. Und dafür danken wir dir. Und dafür danken wir dir. In Jesu Namen. Во Imäe Jesus Christa. Amen. Amen.